ARD Text im Auftrag von Funk Was ein Geschwiegersohn ist bei mir ist Was redest du denn da? Hi Pappi! Hier ist es mit Oma Die ist super Kommen wir jetzt zur Klasse 5b? Morgen! Nicht die Wollknollnummer Na, erzähl uns was Ich brauche mein Abi, sonst kann ich meinen Astronauten aus Böden nicht fertig machen Augenzeugen berichten von einem kleinen Mädchen Dem die 180 Passagiere ihr Leben zu verdanken haben Hast du gar keine Angst? Würde das was bringen? Nein Siehste? Rocker zeigt allen Ich bin Rocker Wie heißt du? Was wirklich wichtig ist Kasper Hey, hör auf damit! Hör zu, so geht das nicht Wir brauchen einen Erziehungsberechtigten Ich bin berechtigt, mich zu erziehen Es gibt Gesetze, an die man sich halten muss Ich bin sicher, du wirst dich in der Pflegefamilie wohlfühlen Ganz genau so bin ich dafür wie ich Du verbringst wirklich nur Augenblick Ich habe meine eigene Geschichte Aber ganz sicher hätte meine Mama nicht gewollt, dass ich immer nur traurig bin Und deine Familie hätte das auch nicht gewollt Wer mich nicht kennt Wer mich nicht kennt Der hat was verpennt Ich liebe dich bis in die Sterne und zurück Hat was verpennt Wenn man etwas will, dann schau mir das auch Sag mein Papa immer Wer mich nicht kennt Hat was verpennt Komm, ich zeig dir meine Welt Wie sie mir gefällt Ich bin in meinem ganzen Leben noch nie so ein Mädchen wie Rocker begegnet Rocker verändert die Welt Dem nächsten Kino